Hallo Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Wie ihr seht, machen wir heute Gazpacho. Nehme ich an, spricht man das aus. Ich muss jetzt erstmal alles in die Küchenmaschine machen. Okay, ich weiß zwar nicht genau, was die Küchenmaschine jetzt ist, da es Gazpacho aber eine Suppe ist, dann machen wir das da hinten mal alles in diesen, ach wie sagt man, hier in diesen Mixer genau. Oh, das hier wäre das Richtige. So Leute, ich habe jetzt hier alles drin. Okay, wir mixen das mal, mal gucken, ob es gut kommt. Alter, okay, das müssen wir dann nachmachen. Warte mal, wir machen mal alles wieder in diesen Topf da. Okay, da ist schon mal jetzt alles drin. Machen wir den mal hier drauf. Ist okay, jetzt brauchen wir Olivenöl. 30 Milliliter. Ey, hauptsache ich sah das gar nicht, die Anzeige. Naja, ist bestimmt nicht so schlimm. Okay, Weißweinessig. Ah, scheiße, das ist nur Weißwein. Ja, auch 30 Milliliter. Sehen wir es dieses Mal. Ich sehe es schon wieder nicht, das ist doch ein Scherz. Okay, 10 Gramm Salz und Pfeffer. Oh, das war eins zu viel. Perfekt. Oh, wait, what? Wir mussten das mixen. Okay, warte, ich muss kurz einen Mixer suchen. Hä, war sonst nicht immer hier ein Mixer? Ich habe mir jetzt einen Mixer gekauft, weil ich fand jetzt hier keinen. Okay, das ist unsere Mischung hier. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ja, das war es ja eigentlich schon, warte mal. Jetzt brauchen wir einen Teller. So, einen Teller. 300 Milliliter kommt jetzt hier auf den Teller. Okay, das könnte noch lustig werden. Okay, sind das 300 Milliliter? Nein, oh Gott. Ja, jetzt ist die Soße am Boden. Hat 351, ein bisschen viel, aber geht klar. Jetzt brauchen wir noch zur Garnierung. 8 Gramm Schnittlauch. 2, 4, 6, 8. Ey, das sieht schon lecker aus. Ja, heute war es wieder ein bisschen kürzer, aber ich bin gerade ein bisschen im Stress. Ich muss halt, ja, ein bisschen stressig, aber egal. Mal gucken. Alter, 4,5 Sterne. Oh, der rumgeht direkt wieder hoch. Besser ist das. Leute, ich finde auf jeden Fall, so kann man sich da auf jeden Fall sehen lassen. Was passiert eigentlich, wenn wir das Messer da reinballern? Gar nichts. Okay, wir spielen noch kurz ein bisschen Darts. Oh, Bullseye, fast. Hier, Zehner. Das, was wir mit dieser Folge, Cooking Simulator, auch wenn sie etwas kürzer war, hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. cirman sjö. Weil wir mit diese Folge mitzwieberscherven, BarsenBars widerspricht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020